Der nächste Spawnpunkt hat der GZ-Gwerb. Oh, da ist der Schwammmutter. Kannst du direkt... Wo? Hier, hinter dem Zaun. Bitte. Was hast du gemacht? Ja, ein bisschen zufrieden. Da ist noch irgendwo was. Ich glaube, du hast... Ah, du hast daneben geworfen und hast das Giftfass, was dahinter liegt, getroffen. Und da kamen jetzt die, ähm, die Fliegen her quasi. Ja, wahrscheinlich habe ich da getroffen, weil du vor mir gelaufen bist. Äh, bin ich vor dir gelaufen? Nee. Ja, doch, als ich werfen wollte, bist du vor mir gelaufen. Ich bin absichtlich da echt weggelaufen, damit du freie Bahn hast. Äh, hier ist was zu werfen. Und? Getroffen? Ja, war er nah genug. Ja. Ist... Okay. Wir haben die Spinne schon, die ist komplett auf der anderen Seite. Das heißt, wir gehen in Sägewerk. In Ordnung. Gleich muss ich Heilung haben, ne? Ich auch. Das war eine unterirdische Explosion. Wo gibt's denn hier was unterirdisches? Da ist noch eine Hive. Okay, der ist jetzt auch. Aber der ist zumindest... Nee, Schweinefarm. Genau, Schweinefarm gibt es was unterirdisches. Nee, aus der Entfernung triffst du nicht. Nee. Ja, sorry. Ja, ist übrigens Sache, sag ich schon. Ey, die, äh, die Echse fallen relativ schnell ab. Von der Höhe. Also, da muss ich schon näher ran. Ja. Oder sehr hoch halten, weißt du? Der hat von hinten. Ja. Kein Meister von hinten. Äh. 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 Entschuldigung. Es ist, wenn man am Mullen ist. Entschuldigung. Dafür weiß ich wohl, dass die Heilung ist. Ja, super. Ja, super. Entschuldigung. Ja. Was ist das? kann nur besser werden jetzt na ja das war nicht so toll da war doch auch müdigkeit mit dabei oder auch nicht ich glaube wir gehen lieber von außen und er hat eh fast fertig ich sehe mich Okay, der andere hat auch hochgenommen, aber wir müssen außerhalb der Reichweite sein. So, wie bei Seven Sisters geschossen wird, hoffe ich, dass er hier alleine ist und rausgeht. Ich kann es ein bisschen durchlassen. Nee, bis hier. Aber er geht nicht raus. Okay, da nimmt noch ein zweiter auf. Da sind doch zwei. Aber ich denke, die gehen zur Grenze. Einzel? Pferd. Da hat er auf mich geschossen. Aber wo das wirklich auf dich war? Zweimal. Zweimal eingeschlagen. Okay, unten hat auch das zweite auf. Ja, die sind schon durch. Alter, sag doch das dann. Imo steht. Ja, weiß ich ja nicht. Dass ich kein hell sehen. Ich hab ihn aber nicht gesehen. Muss ich jetzt erstmal wieder heilen. Schief. Dann geht weiter. Schief. Untertitelung des ZDF, 2020 glaubt getradet ja der andere kommt da ist auch links von dir hast du gegen den mauben geschossen da bist du mit der wette nicht einfach zu langsam die wette ist echt gut wenn du damit einen headshot machen kannst dann ist sie geil aber wenn du damit in infight bist du musst recoilen diese scheiß nachladen zeit so wie wird der bett hier auch ich liebe die ja aber das schließt das guckst du denkst du ob eigentlich nächste patrone naja ich habe irgendetwas freigeschaltet irgendetwas habe ich freigeschaltet ah es wirklich fehlt oh warum habe ich hier nicht gekauft ja 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 so rückwärts weil davon sind krähen wir müssen aber über die mauer also rückwärts so rückwärts Da ist es ein bisschen von Räschlitz. Am Westen. Alles klar. Wir müssen aber nach Süden. Wo ist die Krähen? Wo sind sie? Ich sehe sie aber nicht. Über mir. Ah, ok. Sehr gemein. Pferd von hinten, ne? Ja. Von der linke Seite. Ja. Was? Sie wird ausgewischt. Wir müssen Westen zurück. Mühle. Ja. 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 etwas weiter weg gegner wo westlich von uns aber ich doch was wohl schon sehen wir waren hier schon drin müssen nach gefängnis ist einer gestorben da ist er ich kann aber nicht ja scheiße daneben eine pampe oh man was er für eine pampe respektor die hat nicht viel wumms der hat direkt vor mir gestanden fliegt aber hast getradet ok mal hin so ich weiß nicht ob der alleine ist ne ne ist nicht alleine wo ist der andere der hat mich von vorne getroffen ich glaube da ist er kommt jetzt aus meiner richtung ich bin nicht er ist da oben auf dem hügel aber ich treffe nicht warum läufst du weg ich hoffe ich weg ich bin in einer anderen position von da aus kann ich ihn nicht sehen wollte andere position einnehmen er ist jetzt hier wo die leiche ist dort noch einer der war da an in der richtung er ist jetzt bei mir ja das ist der gleiche in weiß ja dann ist der gleiche ok im haus wo bist du hin ich stehe hier rechts neben dir mit dem baum ist immer noch im haus was gehört hat ist auf holz gelaufen ja 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 meiner käme jetzt wieder von hinten oben sehen er ist hinterm haus noch kein freies schussfeld hat dieser blöde käfig dazwischen ich denke er kommt jetzt von der seite du kommst ihm wahrscheinlich entgegen jetzt ich glaube das hat ihm aufgeschreckt ich habe ihn nicht gesehen ich habe nur die hive gekillt die hat mich gestört der muss eigentlich hier im haus sein gibt es da noch einen ausgang nee das gesetzt ich habe nur mal aufprobiert ich was Im Haus ist er nicht, ne? Oder? Obwohl es leider abgehauen ist. In irgendeine Richtung. Die Tür ist offen. Die war vorher nicht offen. Die Türe vom Haus ist offen gewesen. Wir müssen raus, ne? Ja. Man macht die, loot die beiden. Er verschwindet in Richtung Nordwesten. Hat er Glück gehabt. Wir sind ja vergnumpft begabte Menschen. Was hast du denn da? Ach ja, ich habe ein paar Fallen zu viel. Woher stehen denn alle her? Neiste. Ich habe, äh, ähm, Halbpackesel und, ähm, da ist der andere Perk. Es gibt noch einen Perk. Damit kann ich noch mehr tragen. Wir brauchen ja ein bisschen Vorsprung, ne? Jetzt muss er erstmal die Fallen wegmachen. Das ist ja jetzt nur ein... Aber vielleicht war der eine der Gegner, äh, sein Kollege. Nein, glaube ich nicht. Die Wahrscheinlichkeit war jetzt kleiner, sagen wir mal so. Die waren ja beide aus einer Richtung jetzt und der hockt ja offensichtlich da ja nicht umsonst und hat offensichtlich, äh, anscheinend nicht auf uns gewartet allein, sondern auch auf die anderen halt, ne? Ups. Aber wir haben ihnen eine faire Schockste mitgegeben. Also die Fallen wegräumen, das dauert vielleicht 30 Sekunden. Damit kannst du es immer noch rausschaffen. Was sagst du? Freg ich. Aber mit so einem voll ausgestattenen Handhauftout zu gehen, ist schon mal ein anderes. Ja, war beides Duos, ne? Ja, einer von den anderen fehlte noch. Hm. Aber wir haben doch zwei gekillt. Anscheinlich, weil hier ist so ein Kill. Ja, ja, sag ich noch. Ein Kill, aber. Ja, dann ist der andere, hat dann ein anderer gekillt. Der wurde nicht von uns gekillt, der wurde von dem anderen gekillt. Verdammt. Verdammt. Ich kann ja eigentlich Geier entfernen. Was. Alles Gute. Wenn es eben so knapp ist, dann wird es die Säger nachvollziehen, auch nicht. Das ist aber auch nicht. Drei? Nein. Aus militärin. 90 Minuten veruregen. Ich bin Schäger nach. Vielen Dank.